Mein Sohn ist Rock'n'Roll, mein Sohn ist Rock'n'Roll, und ich hab' mir nehm'n! Alles Fernsehen ist da! Das Fernsehen! Guten Tag! Moin! Klingt das jetzt schon so, wie du das haben möchtest? Ich werde gleich erfahren, sobald ihr angefangen haben zu spielen. Ach so, ja. Für wen sind die Brezeln? Für unsere netten Gäste. Und wie viel kostet eine Brezel? 1,50, glaub ich, müsste das sein? Ja. Und hast du schon eine probiert? Nein, darf ich hier nicht. Das darfst du nicht? Nee, ich darf hier wohl sein. Sind die so unmenschlich beim MCO, dass du nicht mal eine Brezel probieren darf? Nein. Soll nur für die Gäste sein. Also für die Dreharbeiten würde ich dir erlauben, dass du eine Brezel probierst. Das macht das gerne. Nein. Also mit erlauben meinte ich, du musst jetzt eine Brezel probieren. Ach so, ich muss. Ja gut, warte dann. Lecker! Und wie schmeckt die Brezel? Ja. Ja? Schön. Mächste Minute Vorbereitungen. Gut. Dann abgetausten. Ganz spannend. Oh, tschüss. Ja. Und wie schmeckt die Brezel? Ja. 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 Wir wollen Alkohol essen. Tomorrow we may jump the hole, but today we've got to rock your ass. We want fun, soap and wild. And disgusting. Let's do it again. Let's do it again. Take it all night. Let's do it again. Let's dance. Move it up now, We're gonna marry, run! No, no, no. Let's do it again. Let's dance. Move it into the aura. Move it into the sea. Komm, wir sind Pärsinn!